Ich bin der Alex. Mein Name ist Thomas Teichmann. Ich bin Darius. Ich bin Joshua. Mein Name ist Parisa. Die Onboarding Week sind fünf unglaublich anspruchsvolle, aber vor allem bereichernde Tage, in denen die Startups die Möglichkeit haben, ihren Methodenkoffer zu erweitern, neue Instrumente zu erlernen und zu testen, ob ihre Geschäftsidee für ein wiederholbares und skalierbares Geschäftsmodell taugt. Vielen Dank.